Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mir hat dieses Haus gehört? Wer ist ein bisschen unsensibel? Ich bin schon 65! Ich habe schon viele Häuser verkauft, die älter waren als sie. Und in einem viel schlechteren Zustand. Da bin ich aber beruhigt. Das war doch ein Kompliment. Ein bisschen unhöflich. Ich hab Mist gebaut. Ich brauch die Perspektive einer Frau. Und du bist die Beste, die ich finden konnte. Du hast es schon immer verstanden, mir zu schmeicheln. Und ein echtes. Oh nein, nein, nein. Du bist einfach unglaublich. Bingo! Während ich weg bin, musst du meine Tochter nehmen. Was ist denn los? Das ist mein Sohn. Und wer ist das? Das ist meine Enkelin. Wahrscheinlich Gotte Maltekin. Er hatte Sex mit einem Dienstmädchen. Vom Regisseur vom Das Beste kommt zum Schluss. Willst du es lieber selbst machen? Nur wenn du es falsch machst. Der meint, er dich mal kriegt es wirklich zu beneiden. Und Harry und Sally kommt eine Komödie. Schnapp den Karton und pack ihn auf den Karton, der da drüben steht. Bist du ein Messi? Über Freundschaft. Ich bin der einzige Freund, den du hast. Ich hab noch jemanden gefunden, der mich mag, also kannst du jetzt abdrehen. Familie? Schön, was ist deine Lieblingsfarbe? Für dein Zimmer? Lila. Das ist nicht gut, lässt sich später schlecht vermieten. Und die Kleinigkeiten, die uns alle verbinden. Bei meinem letzten Sex ist mein Kreuzband gerissen. Ist das ein kümmerlicher Versuch von Ihnen mit mir zu flirten? Wenn Sie es so formulieren, ja. Michael Douglas. Diane Keaton. Ma'am, rauchen ist hier nicht gestattet. Gut. Sie sind viel zu jung, um zu rauchen. Das grenzt an Lidle. Was treiben Sie da? Ich bekomme mein Baby. Nein, das können Sie nicht. Das darf ich doch nicht mit 80. Siehst du, und das passiert, wenn man Sex hat. Das kann jeden zum Wein bringen, ne? Das kann jeden zum Wein bringen.